Der Karlsruhe SC präsentiert WildparkTV. Powered bei Baden-TV. Tim Fahrenholz, Florian Schritzel, fallen nach wie vor aus. Dazu kommt leider auch Martin Stoll. Martin hat sich im Training hier auf dem Kunstrasen eine Zerrung zugezogen. Es hätte eine Punktlandung sein können, haben wir gehofft, aber das Risiko ist einfach zu groß. Gerade auch in der englischen Woche, wo wir Dienstag hier schon wieder spielen, glaube ich nicht, dass er und dass wir so durchgekommen wären. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, überhaupt gar kein Risiko einzugehen, da wir mit Daniel Gordon auch jemanden haben, der wieder zur Verfügung steht, der auf seinen Einsatz brennt. Elisa Lai fällt mit Gelb-Rot aus und Biane Tolke und Matze Bader haben das erste Mal die Woche trainiert, sind jetzt aber noch kein Thema für den Kader, sind aber soweit wieder einsatzbereit. Nun, Berlin hat eine kampfstarke Mannschaft, eine körperlich sehr starke Mannschaft mit schnellen, beweglichen Stürmern, haben sehr viele Tore geschossen, aber im Gegenzug auch viel bekommen. Wir werden diesen Kampf annehmen, wir werden da den Schlagabtausch suchen, wir wollen da offen reingehen. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir auch nicht, ja, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht, wo vielleicht ein einzelner Punkt nicht mehr reicht, sondern wo wir wirklich gewinnen wollen. Und dafür werden wir alles riskieren, dafür werden wir alles geben. Wir haben das hier zu Hause auch schon bewiesen, auch mit zehn Mann. Nach dem 2-2 waren Szenen, wo wir ausgekontert werden, wo wir versuchen, nochmal in den Angriff zu kommen, Tor zu machen. Wir wissen, dass da, wo wir sind, Sieger am wichtigsten sind und deswegen werden wir alles morgen reinwerfen, um wirklich, ja, auch einen Sieg möglich zu machen. Möglich ist es. Wenn man sich die Rückrundtabelle anschaut, sind wir Dritter mit elf Punkten von 15 möglichen und nur in Berlin ist Vierter. Also wenn man die Rückrundtabelle anschaut, glaube ich, ist das ein Spitzenspiel und das wollen wir morgen auch hinlegen. Dennis Kempe, fangen wir mal, machen wir mal Stück für Stück. Dennis Kempe, wenn er tatsächlich zur Verfügung steht, er hat jetzt gestern trainiert, die Narbe spannt ein bisschen, aber es scheint zu gehen. Wenn Dennis zur Verfügung steht und jetzt heute nichts dazwischen kommt, dann wird er morgen auch auflaufen. Ganz einfach, weil ein Linksfuß da einfach besser ist, weil er nun mal ganz oft den Ball auf dem linken Fuß haben muss. Enrico kann das auch, aber es ist halt immer ein bisschen anders und deswegen werden wir Dennis Kempe spielen lassen, so wie wirklich auch alles funktioniert. Änderung im Mittelfeld schließe ich nicht aus. Ich habe gesagt in der englischen Woche und wir sind mittendrin mit dem Freitag und dann Dienstag haben wir kurze Phasen, dass Wechsel auch möglich sind. Ob die jetzt morgen schon greifen oder ob man erst am Dienstag was macht, das werden wir letzten Endes erst heute Abend entscheiden, aber möglich ist natürlich alles. Vollgas geben wir ja, also wer das Spiel angeschaut hat in Unterzahl, haben wir glaube ich bessere Möglichkeiten noch als Braunschweig gehabt. Mehr kann man nicht machen, man kann nicht noch mehr laufen. Wir müssen diese einzelnen Entscheidungen auf dem Platz, diese Momente erkennen, wo es wirklich gefährlich wird und das dann auch nutzen. Und da sind wir dran, da arbeiten wir dran. Wir wissen ja, dass wir körperlich mit Sicherheit jetzt nicht die stärkste Mannschaft sind, sondern viel kombinieren, viel kombinieren müssen. Und das versuchen wir. Ich glaube schon, dass uns die gesamte Rückrunde Selbstvertrauen und Mut geben kann, weil wir, glaube ich, gezeigt haben, dass alles, was war, vorbei ist. Das war drum kämpfen, um den Anschluss. Und ich glaube schon, dass dieser Punkt gegen Braunschweig auch was wert war. Man hat Braunschweig drangehalten. Braunschweig ist eine Top-Mannschaft, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Das werden andere auch noch merken. Die haben wir schon weg. Natürlich zählen drei am meisten, das wissen wir. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir die letzten zwölf Spiele ungeschlagen bleiben und alles gewinnen und, keine Ahnung, 36 Punkte holen oder was weiß ich. Nee, da gehe ich jetzt ganz stark nicht von aus, sondern normal in so einem engen Feld, dass auch mal so unentschieden dabei sind. Und nach dem Spielverlauf muss man zufrieden sein. Wir sind ungeschlagen. Wir sind Dritter in der Rückrundtabelle. Also jetzt kann man natürlich noch rummachen und warum haben wir nicht da noch ein Siegmeer rausgeholt. Aber insgesamt muss man jetzt einfach auch mal sagen, wir sind auf einem guten Weg. Also jetzt kann man natürlich auch mal sagen, wir sind auf einem guten Weg.